Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MaxMD. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich bin hier gerade noch umgezogen, weil wir wollen heute in den Pool gehen. Und da möchte ich gerade ein Challenge machen und so weiter. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann habe ich mich jetzt umgezogen und dann kommt die Kamerafrau mal mit. So, ja, wir stehen jetzt hier rum, unten auf dem Pool, damit ich heute nochmal aufblasen. Ähm, naja, ich wasche mir hier noch mal was mit dem Pool. Und dann geht es aber eigentlich auch schon direkt in den Pool. Aber ihr habt schon angeblendet, seht ihr schon, dass ich mich angeblendet oder auch nicht. Ähm, dass wir eine Pool-Swimming-Tool-Challenge machen. Und die erste Challenge ist, wie immer mal, wieder ein bisschen ins Wasser kommen. Und wenn ich eben unter drei Sekunden so im Wasser liege, habe ich gewonnen. Ich mag das mal in diese Liege, wo ich dann direkt im Wasser bin. Ähm, das Wetter ist ganz okay, meine Maske ist aber leider viel zu dick. Aber, naja, ähm, ich würde sagen, der Countdown läuft ab. Jetzt, drei, zwei, drei, eins. Okay, dann, ich glaub, Challenge, verstanden. Ja, ich hab da wieder zwei Challenges und ein Typ. Ähm, ja. Und, ähm, die nächste Challenge wird sein, dass ich so nicht einfallen lasse. Das ist mir so eine gute Idee, das mache ich mal einfach mal. Und ich würde sagen, das mache ich in fünf Sekunden geschafft. Ich mach das mal so, dann könnt ihr auch einleitend sehen, dass ich das wirklich so hart mache. Ähm, wenn ich würd sagen, es geht, der Countdown läuft ab. Jetzt. Ähm, vier. Oh, ich würd sagen, auch die Challenge hab ich. Fünf, fünf. Hallo Leute, und, ähm, ja, ich bin hier in der warmen, schwarzen Tunnel. Jetzt hier, das Wasser ist schön warm. Ich wärm mich grad ein bisschen auf. Und, ähm, falls ihr weitere Swimming Pool Challenges sehen wollt, ähm, dann klickt unten, schreibt mir das unten in die Kommentare. Ähm, ja, und ich würd sagen, bis bald und ja, bis bald. Tschüss.